herzlich willkommen zum neuen video auf meinem kanal heute zum info video was zu der preseason zu den trotz warm ups passiert was wir da abschließen können welche sbc ist da kommen werde ich euch alles heute in diesem video hier zeigen zudem werde ich euch zeigen wir sehr viele coins machen könnt während der zeit weil zum trotz braucht jeder von uns coins um die besten spieler zu haben um natürlich ohne ende upgrade packs zu ballern das werde ich dir heute hier zeigen wenn es dir natürlich gefällt sehr gerne däumchen hoch geben wenn du hier neu bist lassen sie gerne kostenlos abo da und dann würde ich sagen stand mir direkt rein let's go du willst die trading tipps noch vorab bekommen dass du auch so viele coins machen kannst wie ich dann kann ich dir nur empfehlen in meinen top 100 training das gott rein zu zeugen wie du hier reinkommst fragst du dich jetzt sicherlich und das ist relativ einfach einfach mit einem twitch sub kannst du hier reinkommen mein twitch kanal ist unten verlinkt oder wenn du sagst ich habe keinen twitch prime um so gesehen kostenlos beizudrehen kannst du natürlich auch mit einem youtube mitgliedschaft reinkommen da habe ich hier auch ein jahresticket kannst du einmalig kaufen und bis dann das komplette fifa jahr am start wir haben sehr sehr viele die letztes jahr zwischen 50 und 100 jungen coins durch unseren trading discord ertradet haben kommt da sehr sehr gerne rein wenn ihr interesse habt schaut natürlich noch gerne meinen partner lieber vorbei erster link der video beschreibung aktuell sogar auf jeder psn karte 15 prozent rabatt gönnt euch ja freunde und dazu gehen wir natürlich in die spcs da sind einige gekommen da gehen wir natürlich darauf ein was gekommen ist hier haben wir auf jeden fall wieder ein tägliches anmeldebonus hier am start können wir wieder mitnehmen gehe ich mal von aus dass man hier wieder bronze karten abgeben muss also nimmt das auf jeden fall mit das werden wir auch gleich noch öffnen ja eine bronze karte wenn wir wieder auch eine hauptbelohnung bekommen schauen wir uns auch gleich noch an bei den zielen was wir dafür dann bekommt nimmt das aber auf jeden fall jeden tag mit eine bronze karte für 281er ist auf jeden fall schon mal sehr sehr gut dann haben wir den guten zacken podcasten bekommen geile karte muss man natürlich sagen 55 klar zum trotz werden wahrscheinlich bessere rechtsverteidiger kommen und gucken wir mal was der hier kostet der ist auf jeden fall nicht günstig das muss man sagen also ja aber klar wenn du zum trotz 390 490 karten bekommst kannst du den auf jeden fall mitnehmen passungen eiken brauchst und 60 tage hier kannst du auf jeden fall mitnehmen hier die 84 mal 7 sind natürlich wieder dreimal gekommen könnt ihr natürlich auch wieder mitnehmen schauen wir mal was noch gekommen ist dann haben wir noch hier sergio roberto omocchiele im champions league hier müsste rückspiel sein ja ich denke mal dass es so zählt wer das spiel gewinnt weil es kann ja auch sein obwohl wenn es 1 0 ausgeht theoretisch nach 90 minuten gibt für paris gibt es ja gibt es verlängerungen da bin ich mal gespannt wie die das machen oder wer weiterkommt aber theoretisch müsste da so sein dass das dann ja nach 90 minuten oder 120 minuten zählen falls es elfmeterschießen gibt und dann der andere weiter kommt sollte der dann kein upgrade kriegen diesen merkt man ganz schön wer hier favorit ist sergio roberto kostet 160.000 und der mucchiäle kostet nur noch 60.000 so gesehen also der ist anscheinend richtig günstig 480er 580er team wer zum beispiel colomuania spielt hier in perfektling coole karte dann haben wir hier wie gesagt roberto der müsste teurer sein ja der ist deutlich teurer 2 inform 6 nach schattin nach schattin ja wer darauf bock hatten barcelona team ist eine coole karte als z m auf jeden fall besser spielbar wie der als rechtsvater kann der innenverteidiger leider nicht mehr würde der innenverteidiger kommen werden können wäre der richtig geil sonst haben wir glaube ich ja noch diese neuen upgrades bekommen muss ich kurz mal schauen wo die sind hier ja 77 plus aus top liegen nur noch also hier können wir nur noch top liegen ziehen das gute ist ihr müsst ihr nur noch fünf gold karten abgeben ansonsten wir schauen gleich mal ob das auch seltener sind wenn das nur seltener sind ist das gut wenn dann natürlich ein seltener ein non mehr rauskommt ist natürlich katastrophe aus der premier league bekommen und aus der serie a hier den munis aus der premier league 44 haben er bock drauf hat kann sich den gönnen der ist glaube ich auch nicht mal so teuer ja 50 team wer bock drauf hat kann sich den gönnen und dann den guten bastoni mittel hoch zu jetzigen zeit auch nicht mehr so geil drei nach vier nach der team wer fährt das ist sehr sehr teuer würde ich euch wahrscheinlich beide abraten nicht mitzunehmen dann haben wir natürlich die packs hier am start gucken wir mal was wir hier ziehen können die wenn wir natürlich öffnen machen wir erstmal das 81 ich hoffe wir haben jetzt nichts mehr doppelt informatisch noch doppelt okay deswegen habe ich auch schon mal ein dickes pack für euch vorbereitet nehmen wir die tagesanmeldung auf jeden fall schon mal mit machen wir auf doppel 81 vielleicht parejo thiago ist es wahrscheinlich ja du sie jetzt auch ab kein bock jetzt zu bezeichnen sonst geht das video hier ewig ihr würdet natürlich recyceln ist natürlich schlauer testen wir mal die habe ich jetzt vier stück von vorbereitet schnell gucken wir mal zwei seltener sind und was man hier rauszieht rm dann ist dieser easy glaube ich sind auch katastrophe sind wenigstens wo selten dann ist das sogar okay dann kann man die auf jeden fall mitnehmen das ist nicht verkehrt also vielleicht bereite ich dafür ist trotz dann ladung vor dass ich dann da sagt ich mache da 500 stück von denen weil das ist eigentlich sogar okay du kriegst nur stück wieder zurück ob die halt gut sind ja muss man mal gucken aber drei vier fünf hundert stück könnte man dafür ist auf jeden fall vorbereiten ich werde jetzt mal trotzdem aufmachen aber ja wieder diese easy oder asensio du wirst halt hier trotzdem zu 90 prozent halt nur müll ziehen weil beste karte bis jetzt 83 aber ja gibt es dann auch noch fünf ab und kriegst 32 zurück das schon nicht verkehrt trend ist sogar ein walkout also vierte pack walkout ist sogar ja ist okay kann man sich jetzt nicht beschweren muss man ehrlich sagen den haben wir allerdings schon den wie sagt ich stehen wie sagt ich jetzt kurz und dann machen wir noch das dicke pack auf das gammel pack werde ich jetzt nicht öffnen wir machen noch das hier auf und dann gehen wir in die ziele 4 8 x 7 kommen wir mal vielleicht ja ziehen wir irgendwas aber warum öffne ich das überhaupt es gibt gar nichts zu ziehen aktuell außer gold karten ich würde euch auf jeden fall empfehlen das eigentlich zu sparen weil bis auf 20 in forms kannst du nichts ziehen fragen mich warum ich das gerade selber aufgemacht habe aber ja die sucht war da aber ja ja ist okay immer ein bisschen futter wieder gekriegt die werde ich später wieder in so ein ding rein klatschen ich werde jeden tag jetzt mitnehmen und glaube ich fürs trotz sparen es lohnt sich nicht die aufzumachen muss man wirklich sagen dann gehen wir natürlich in die ziele rein was haben wir beide zielen bekommen und auch hier haben wir sehr guten content bekommen da gehen wir natürlich rein was haben wir hier bekommen gehen wir natürlich zu live und hier sehen wir schon dass wir diese tagesspiele wieder bekommen haben die könnte wieder mitnehmen kriegt ein paar packs nimmt das auf jeden fall mit macht jeden tag drei spiele und wenn ihr sport wenn es drei spiele einfach durchlaufen das ist ja völlig egal dann bekommt ihr das hier wenn du das hier jeden tag mitnimmt ja ist okay sind so ein paar gammel packs in 5 x 85 2000 ep auch nicht verkehrt und als hauptbelohnung auch noch mal 1000 ep also hier gibt es 3000 ep noch mal sehr sehr nice was bekommen wir hier in 182 dafür dass wir das jetzt einmal mitgenommen haben was kriegen wir noch so 282 80 mal 53 nach schwarz wo ja auch noch ein paar gammel packs sage ich mal sonst eigentlich nichts relevantes und dann noch hier trotz aufwärmen und gewinnen für fünf siege egal wo und kessler kriegen wir noch was dazu an und peck immer oder was jetzt hier immer noch ein pack dazu auch noch ein futter hero anscheinend gibt es dann immer noch ein pack dazu okay also immer noch ein pack dazu und die ganzen heroes gibt es jetzt gratis ist okay dafür dass du einfach gewinne drei partien die musst du alle da kombinieren da kriegst du auch noch mal ein dickes pack ist okay ist okay immer gerne mit musst du auf jeden fall die nicht spielen zum glück wenn man die jetzt 25 spiele mit zum dienatale machen müsste der katastrophe ist okay kann man mitnehmen kriegst du als hauptbelohnung nummern 480 mal 5 so man spielt ein paar spiele dadurch kriegt man die dinge die drei siege hier kann man ruhig holen indem man die alle in einem team klatscht und dann geht das auf jeden fall klar meiner meinung nach ist okay kann man mitnehmen ist es nichts besonderes gehen wir weiter gehen wir zu diesen haben wir hier noch was bekommen ich glaube sieht nicht so aus als ob wir hier was bekommen haben die meilensteine wahrscheinlich auch nicht und dann können wir eigentlich in die v-liste reingehen wie ihr die coins natürlich machen könnt während das trotzdem ich habe auch zwei oder dreimal gespeichert was ich verkauft hat wir gehen hier die verkäufe durch einfach mal was ihr natürlich ein budget habt habt ihr high budget könnt ihr natürlich diese liste 1 zu 1 übernehmen habt ihr low budget würde ich euch empfehlen meine letzten letzten videos anzuschauen da macht ihr nichts verkehrt natürlich könnt ihr auch hier diese günstigen karten wie ein malen hier in tevis zum glück ist er noch weggegangen und der lichter ist auch wieder zu ziehen könnt ihr diese günstigen karten auch ein pacho hier auf eure uv-liste klatschen parlinja kloster man stellt ihr einfach so drauf dass ihr einst wo kann mindestens pro karte gewinn macht ich denke mal das prinzip ist klar dasselbe mit diesem test hier von da geht immer noch sehr gut wie vor weil wer da habe ich glaube ich für 14k oder sowohl also da macht ihr wirklich gar nichts verkehrt wenn ihr diese karten so sucht jetzt werde ich euch kurz hier die aufnahmen suchen und dann werde ich euch hier auch noch mal die durchläufe zeigen was wir da die letzten zwei tage noch verkauft haben verkäufe ja ich habe auch sehr sehr gut mit den icons getradet hier ribery pro karte ich glaube 15.000 ungefähr gemacht also schmeckt richtig ihr seht die icons laufen richtig geil wer da bock drauf hat und sagt ich möchte täglich diese uv-liste haben kommt natürlich gerne in meinen top 100 trading squad kann ich wirklich nur jeden nur empfehlen für den sap auch mal durch kanal kommst du so gesehen gratis rein wenn du kurz primers kannst du einfach bei meinem kanal einlösen dann twitch mit discord verbinden und dann kannst du schon so gesehen alles sehen diese ganzen spiele 1 zu 1 so nachkaufen da empfehle ich auch die preise wie ich diese spiele reinstellen ich kann jetzt nicht hier im video kann ich auch nicht jede karte empfehlen er stellt die so und so rein das war noch kann die ich hier gezogen habe das unrelevant wir gehen noch mal zum nächsten part ich habe noch mal ein paar aufgenommen gibt auch gerne daumen nach oben und schreibt gerne hashtag aufnahme wenn ihr öfter so aufnahmen sehen wollt was ich die tage so verkauft auch hier mal noch mal ladung karten verkauft auch hier wieder icons ihr seht das hier prinz wie gesagt die geht butterweich die geht immer jede stunde weg auch die heroes hier kien rosicki petit schallern lolo pyol nummern rosicki petit wieder also ihr seht dass das läuft wirklich sehr sehr gut smith kim güller elliott hier noch mal ein paar karten für die günstigeren für die leute die bisschen weniger coins haben ihren simakor super übv karte genauso wie fabiano oder natürlich hier ich glaube ich fabiano genau fabinio natürlich jetzt mich hier ein bisschen versprochen weil ich so schnell geredet habe aber ich denke mal das ding sollte klar sein habe euch hier einen einblick gegeben was ihr auf jeden fall auf eurer übv liste packen könnt freunde baut auf jeden fall die v liste gerade jetzt zum trotz werden die coins fließen wir stehen aktuell ich glaube bei ich weiß es gar nicht kannst euch gerne noch mal zeigen hier am ende über 50 millionen kreis sind wir auf jeden fall bei wie viel zeige ich euch natürlich gerne noch mal bei wie viel kreis wir aktuell stehen bei 53 millionen passt also schmeckt auf jeden fall sehr sehr gut nach dem video gerne ein follow da und folge gerne für mehr wenn du so tipps nicht mehr verpassen möchtest ich wünsche schönen tag hause rein und tschau tschau